100 Jahre Thüringen. Aber nein, Thüringen ist eigentlich viel, viel älter. Es war nämlich 531, dass Franken und Sachsen das Thüringer Reich zerschlugen. Das ist mehr als 1500 Jahre her. Das moderne Thüringen ist aber allerdings wirklich erst 100 Jahre alt. Wie dem auch sei, ich bin froh und dankbar, im grünen Herzen Deutschlands mit meiner Familie leben zu dürfen. Im schönsten Freistaat der Welt, wie ich finde, mit einer einzigartigen Residenzkultur, mit vielen Naturschönheiten und vor allen Dingen mit vielen stillen Winkeln, die man aufsuchen kann. Und mit einer sehr kleinteiligen Brauereikultur, wie man sie in kaum einem anderen Bundesland so noch findet. Ich werde heute Abend auf jeden Fall auf das Wohl Thürings und auf die nächsten 100 Jahre unseres Freistaats eines dieser exquisiten Thüringer Bierspezialitäten dann auch verköstigen und mein Glas erheben. Beste Grüße, Ihr Björn Höcke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020